So, Lümmelohr und das Camp einmal live vor dem Rennen. Da oben ist der Tobi Schuster. Den wollen wir mal auf die Linse nehmen. Der fängt da nämlich schon fleißig rum. Der Shoemaker. Hier ist er. Möchte mit auf die Linse. Haben wir einen kleinen Schwenk hier. Moment noch Training.